Musik Guten Morgen, ich bin Marcel Vessler und heiße Sie recht herzlich willkommen bei Audi Land of Quattro Alpentour 2013. Wir starten unsere Etappe hier im Lakes, in der Nähe von Klagenfurt und enden in Kitzbühel. Der Audi Quattro hat natürlich für eine Alpentour eigentlich alles, was man Auto braucht. Der Quattro ist natürlich das Wichtigste, weil man in den Bergen natürlich immer überrascht werden kann mit Schnee, mit Nässe, mit Witterungsverhältnissen. Und natürlich, was für einen Audi ausspricht, ist die Komfort zusätzlich mit dem sportlichen Paket, mit dem RS-Modell. Musik Der Sölkpass hat eine Höhe von 1788 Meter und von da hat man eine gigantische Aussicht. Mein größter Erfolg in meiner Karriere war ganz klar 2011 und 2012 die Siege bei den 24 Stunden von Le Mans, so wie auch den Weltmeistertitel im Jahr 2012. Musik Die Tour endet in Kitzbühel und ihr werdet heute im schönen Kepinski Hotel übernachten. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und viel Spass auf der Tour. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020